So, meine Lieben, ich begrüße euch herzlich zu einer Stunde Rücken. Die Festtage stehen vor der Tür, Weihnachtsstund steht vor der Tür, Silvester, dieses Jahr ein bisschen anders, aber wir machen das Beste draus, von daher machen wir heute noch mal Sport, genießen es noch mal und bewegen uns. Ich würde sagen, wir fangen gleich an, marschieren gleich mal locker los, schwitzen ein bisschen locker marschieren, ich hoffe ihr habt schon alle Weihnachtsgeschenke eingekauft. Nimm die Knie hoch, Arme lang, jawohl. Und überkreuz. Vier. Drei. Zwei. Locker auf der Stirn. Lass die Arme hängen, Schultern tief. Die Schultern rollen mal nach hinten. Hopp. Hopp. Schön. Bleib auf der Stelle. Vier. Vier noch. Vier noch. Drei. Zwei. Die Fersen an. Und wieder. Klaze. Auft. Selbst morte. Und an. Und alt. Bту. Auf. Hink. Und ancient horrifying 2, komm zum Stehen, kreise mal direkt, große Runde bewegen, nach vorn, und Richtung 6, 5, 4, 3, 2, wir wechseln den Atem, 4, 3, 2, Richtung wechseln, jawohl, 4, 3, 2, Arme vor die Brust verschränken, immer nach rechts, und links, jawohl, Felsverstand, gut, 4, noch 3, 2, komm mit zur Mitte, rechter Arm über den Kopf, und lang, richtig lang, und wechseln, schön den Arm über den Kopf, lang, und lösen, klasse, schön und locker, okay, wir gehen auch gleich auf die Matte, in den Vierfüßlerstand, streizen die Finger, die Daumen zeigen zueinander, Markus, Katze, Kuh, runter, Rücken, und aufrollen, gleich noch ein bisschen Bewegung rein, um zum Rücken, im Atemrücken, die Bewegung aus, vier, drei, zwei, letztes Mal, und neutrale Position, halten, setz dich mal nach hinten ab, bring den Pfoten und Pferd, streck die Arme, lang nach vorn, leg die Stirn auf die Matte, und die Hände, wandern ein bisschen nach vorn, zieh den Rücken länger, zieh den Pfoten und Pferd, jawohl, und halten, vier, drei, zwei, Hände, Höhe der Schöden aufstellt, und drück dich hoch, go, klasse, okay, jetzt richte dich auf, linker Arm geht nach vorn lang, rechts Bein nach hinten lang, äh, genau, halte mal hier, auch hier wieder, lang ziehen, Blick zur Mann, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, sauber aufstellen, rechte dich wieder aus, wechsel die Seite, lang ziehen, auf geht's, Leute, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, aufstellen, rechte, sechs, fünf, vier, drei, zwei, aufstellen, richte dich auf, Schulter, Ellenbogen, Handknecht, eine Linie, wir strecken noch mal, linken Arm aus, und das rechte Bein, komm, halte es, komm, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, aufstellen, und der letzte weg, vier, drei, zwei, und nochmal, komm, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, aufstellen, gut, wir merken dynamisch, meine Lieben, linker Arm nach vorne, rechtes Bein nach hinten, jetzt, sieh ran, mach dich und, schrecklich, hoch, acht, acht, sieben, jawohl, sechs, fünf, vier, drei, zwei, und aus, wechsel die Seite, vier, drei, ran, strecken, acht, sieben, sechs, fünf, vier, komm, drei, zwei, zwei, aufstellen, aufstellen, aus, wechseln wir mal die Seite, wir werden langsam, strecken, wir werden langsam, strecken, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, aufstellen, aufstellen, aus, wechseln, bleibe langsam, vier, drei, zwei, lang, acht, strecken, acht, sieben, sauber, sechs, fünf, fünf, vier, vier, drei, zwei, und aufstellen, gut, richte dich auf, stell mal deine Zehen hinten auf, und jetzt, schieb dich mal nach hinten, schieb den Po lang zur Decke, verlagere das Gewicht nach hinten, die Arme sind gestreckt, die Rücken sind gestreckt, jawohl, und dann, schieb den Po lang zur Demonstration, die Hände sind gestreckt,erm Norm, vorbeugen, schau durch den Beinen durch, streck dich, roll dich auf, komm nach vorne, mach dich lang und nimm die Hände mal seitlich an den Körper, okay, Beine mal fest aneinander, Knie fest aneinander, wir setzen uns mal nach hinten ab, Rücken ist gerade, schieb die Arme nach vorn, Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule, setz dich schön nach hinten ab, jawohl, gut, bleib dran, jawohl, gut, gut, ich sehe euch, komm, halt, dann gehen wir noch ein bisschen tiefer, Knie kommt nicht nach vorn, nur nach hinten absetzen, einfach schön weit nach hinten, jawohl, die Arme bleiben oben, der Rücken bleibt gerade, Knie drücken fest aneinander, halbe Minute noch, komm, beiß dich durch, halte die Spannung, und tief vorbeugen, okay, gerade rücken, und jetzt leg mal deine Handfläche unter deine Schuhe und häng dich mal durch, schau durch die Beine durch, die Beine sind ruhig ein bisschen angewinkelt, zwing den Oberkörper nach vorn, und gleich erst mal, wenn es geht, wenn es geht, wenn es geht, wenn es nicht geht, nichts löst, den Oberkörper, gleichmäßig ausatmen, die Beine nach vorn, so gut, wie es geht, auch, und gerade rücken, tief vorbeugen, und komm nochmal los, streck dich, die Arme oben, das Weg ist zusammen, nimm nochmal die Arme nach oben zur Decke, streck dich lang, komm nach vorn, stell die Hände auf, linkes Bein nach hinten, rechtes Bein lang nach hinten, Schulter, Ellenbogen, Handgelenk, eine Linie, schreib deine Finger, so, der Bauch ist fest, halte hier, komm, 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 halte hier, klasse, heb mal das rechte Bein, ganz leicht, zwei, drei, zehn, immer noch den Boden, reicht völlig aus, halte, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, wieder aufsetzen, kontrolliert, linkes Bein, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, aufstellen, wieder ausrichten, Seitenwechsel, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, wechseln, wechseln, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, wechseln, komm, letzter Fass, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, letzter Wechsel, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, aufstellen, Ellenburg in eng an den Körper, komm langsam tief, und roll dich ab, leg dich ab, super, leg dich auf den Bauch, Nasenspitze zum Handel, Lass den Atem fließen, nimm dir diesen Moment, schüttlich, roll mal die Schulter nach hinten, die Schulterblätter gehen weg vom Boden, ziehen zueinander, nimm die Hände, Arme weg vom Boden, die Handflächen zeigen zur Matte, so, jawohl, versuch ich im Oberkörper ein bisschen hoch zu bringen, halte hier, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, und löse, das ganze Spiel jetzt im unteren Bereich, nimm mal die Beine, Oberschenkel weg vom Boden, vier, drei, zwei, komm hoch, jawohl, schieb dich hoch, halte oben, komm, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, ablegen, so, ihr wisst schon was kommt, wir kombinieren jetzt, ab und noch mal tief ein und aus, Schultern rollen nach hinten, ziehen zueinander, Arme gehen weg vom Boden, und jetzt hier die Beine weg vom Boden, jawohl, schieb dich hoch, super, Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule, atme gleich mit, Nase ein, Nase ein, und jetzt hier die Beine weg vom Boden, höre aber auf dein Körper, zieh die Schulterblätter, beide zueinander, komm zu höher, jawohl, die Oberschenkel rein, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, langsam ablegen, cool, erstmal die Füße bisschen nach rechts und links, okay, weil das gut war, machen wir es gleich nochmal, wir rollen die Schulter nach hinten, die Schulter bleiben ziel zueinander, Beine weg vom Boden, rück dich wieder hoch, ab geht's. Halt die Spannung, zieh die Schulter noch weiter zueinander, atmen, nichts vergessen, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, und lösen, locker ablegen, nimm die Hände mal nach vorne, Leg die Stirn auf deine Hände Super Handflächen sind übereinander, leg die Stirn auf die Handfläche, Beine fest in den Boden drücken, jetzt komm mal hoch, geht tief, Schulterblätter weg vom Boden, acht, Hopp, sieben, hopp, sechs, hopp, fünf, hopp, vier, drei, zwei, und lösen und lösen Super, durchat Zweiter Satz, vier, drei, zwei, komm genau hoch und tief gut und streich oh und lebe gut 됐 So, streck die Arme, lang zählen, mach dich richtig lang, okay, stell die Arme auf, rühre deine Schultern, drück dich über die Knie hoch, komm nach hinten, bring den Kopf wieder zu den Fers, mach die Arme lang, wenn du Probleme hast, die Stirn auf die Wanne zu kriegen, kreuze deine Hände, deine Arme und leg die Stirn darauf, und schließ dich weit nach hinten, jawohl, super, 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 klasse, okay, stell die Arme, Höhe der Schultern auf, komm wieder hoch, klasse, stell mal deine Zehen hinten auf, schläf dich wieder lang nach hinten oben, verlagere wieder das Gewicht nach hinten, Arme, gestreck den Knie nach hinten, rechtes Bein, lang nach hinten hochziehen, schieb, jetzt, das rechte Bein nach vorn, linkes Bein zieht weiter nach hinten, und öffne mal deine Hüfte, jawohl, öffne dich, zieh das rechte Bein mal, den Fuß, ran, klappe nicht zur Seite ab, jawohl, und versuch mal dein Becken, sinken, 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 okay, linkes Bein zur Zehen auf, und jetzt, drück dich hoch, schieb das rechte Bein lang nach hinten, zur Decke, stell es auf, so, linkes Bein zur Decke, schiebe das wieder vor Richtung der Hände und zwischen die Hände. Klappst zur Seite und schieb das Rechte lang nach hinten. Und aufrechst. Cool. So, ich habe einen leichten Kram. Aber das Überleben auch. Komm. Aufrechst. Super. Okay. Zehen hinten aufstellen. Rechts Bein, links Bein. Nach hinten lang. Und aufstellen. Jawohl. Zieh dich nochmal. Lang nach hinten. Mach die Arme lang. Verlagere dich nach hinten. Okay. Okay. Stell die Knie auf. Setz dich einfach mal. Aufrechst hin. Streck die Beine aus. Die Füße ziehe heran. Schieb den unteren Rücken nach vorn. Schieb die Schultern nach hinten. Füße ran. Fokuspunkt vor dir. Ein, zwei Meter. Fixier einen Punkt. Roll die Schultern nach hinten. Drück die Hände fest in die Matte. Die Schulterblätter ziehen zueinander. Und drück die Hände fest in die Matte. Spannung im ganzen Körper. Jawohl. Gibt mir noch 30 Sekunden. Super. Noch 15. Noch 15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, okay. Streck mal die Zehen aus. Winkel die Beine an. Der Rücken geht nach hinten. Lass dich leicht nach hinten rollen. Schultern ziehen wieder nach hinten. Und der untere Rück kommt nach vorn. Die Füße. Die Füße eng aneinander. Halte hier. So. Das kleine Bauch rüber. Auf geht's. Komm und schieb noch ein bisschen weiter heran. Entscheide selbst, was du willst. Entweder bleibst hier. Nimm die Hände nach vorn. Andere Möglichkeit. Halte. Jawohl. Moment, sieh immer noch nicht rein. Darfst du auch strecken. Entscheide selbst. Die Mitte reicht. Komm, 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 komm. Halte. Untere Bauch nach vorne schieben. Schulter nach hinten. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, zieh die Beine heran. Richtig schön ran. Schieb den bunten Rücken mal nach vorn. Richte dich auf. Super. Klasse. So. Streck mal die Beine aus. Zieh das rechte Bein mal heran. Klapp das rechte Bein zur Seite. Jetzt versuchen wir mal über Kreuz uns nach vorne zu ziehen. Und schieb dich mal nach vorn. Versuch aus und schreib. Und drück das rechte Bein. Schieb noch aus. Und schieb dich vor. Boah. Ja, krass. Zieh dich richtig schön nach vorne. Und komme wieder langsam zurück. Wechsel das Bein. Und die andere Seite. Komm, komm, komm. Da geht noch was. Komm nach vorn. Lösen. Beide Beine ausstrecken. Und jetzt schieb den unteren Rücken nach vorn. Und komm, auf geht's. Geh jetzt nach vorn. So weit musst du dich angenehm. Arbeite. Ja, boah. Mach die Beine lang. Mit dem Ausatmen in die Bewegung. Und langsam lehnen. Gut. Komm, wieder zurück. So. Wir rollen uns mal langsam nach hinten ab. Komm an einen Rand der Matte. Geh mal nach hinten. Ja. Leg dich einfach mal auf den Rücken. Beine ganz nah an den Po heran. Und jetzt. Arme seitlich an den Körper heran. Legt. Rücksicht nach oben. Die Schultern sind nur noch auf der Matte. Ja, boah. Der Rücken ist weg vom Boden. Knie hier füren zueinander. Und halte hier oben. Super. Spannend. Und drück dich ein bisschen höher. Komm. Lass nur noch deine Schulterblätter auf der Matte liegen. Der Kopf bewegt sich gar nicht. Such dich einen Punkt an der Decke. Eure schönen Decke. So. Nun verschränken wir unsere Hände unter unserem Gefäß. Okay. Und ziehen die Hände, die gefalteten Hände, Richtung Ferse. Folglich kriegen wir die Schulterblätter noch weiter zusammen. Und wir kommen noch deutlich höher. Komm. Zieh dich richtig hoch. Mach dich rum. Super. Gleichmäßig atmen. Ja. Vier. Drei. Zwei. Langsam die Hände lösen. Wir setzen den Po ab. So. Okay. Streckt man nun das linke Bein aus. Den Po schieben wir ganz leicht nach rechts. Zieh das rechte Bein heran. Linke Hand zum rechten Knie. Rechter Arm raus. Handfläche zeigt die Bäche. Linke Arm fliegt das rechte Bein. Über das linke. Flick zur rechten Hand. Schöner bleibt was für nach. Sehr schön. Schöner bleibt was für nach. Okay. Führe das rechte Bein wieder zur Mitte. Strecke es aus. Zieh das linke Bein heran. Der Po geht leicht nach links. Zieh das linke Bein heran. Rechter Arm zum linken Bein. Linke Arm seitlich raus. Und jetzt zieh das linke Bein über die Seite. Super. Schulterflatter bleiben auf der Matte. Und jetzt zieh das linke Bein wieder zur Mitte. Okay. Stell mal beide Beine auf. Und schütze sie einfach mal zurück. Okay. Hände zur Schläpe. Wir kommen hoch, geht tief, legt zur Decke, die Ellenbogen gehen weit nach außen Wir machen was für den Bauch Auf geht's Ellenbogen weit raus Schieb dich herum Mocha Sieben Sechs Fünf Vier Drei Zwei Halte, oben Jawohl, oben bleiben, die Arme weit nach außen Und schieb nach außen Acht Sieben Höher Sechs Fünf Vier Drei Drei Zwei Und lösen Good Klasse Hände Hände hinter den Kopf Wir nehmen die Beine hoch Wir nehmen die Beine hoch Ziehen die Füße heran Schieb nach außen Schieb nach oben Drei Drei Und Arme rechts und links vom Körper, lachen die Beine nach links und nach rechts. Abwechseln. Schön. Nicht zu schnell. Vier noch. Drei. Zwei. Gut. Kommt zur Mitte. Nimm die Hände zur Schläfe. Beine hoch. Jetzt rotiere links, rechts, links, rechts. Hopp. Hopp. Jawohl. Bleibe dran. Ellenbogen zum Knie. Abwechseln. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Einmal noch. Und löse. Löse. Super. Bisschen fast zurück, aber auch noch fast. Okay. Zieh mal das rechte Bein heran. Hol etwas Schwung. Gut. So. Ihr habt es noch nicht ganz geschafft. Zwei Minuten haben wir noch. Wir gehen in die Planke. Wir gehen in die Planke. Zum Abschluss heute. Auf geht's. In die Planke. Ab. Jetzt. Komm, komm, komm. Spannung. Ganzer Körper ist unter Spannung. Komm, 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 Leute. Ihr packt es. Ihr habt so viel schon dieses Jahr gepackt. Ob ihr es wollt oder nicht. Aber ihr habt es geschafft. Komm. Die erste Minute haben wir. Noch eine halbe. Noch 20 Sekunden. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei und wieder. Noch mal locker ablehnen. Good. Super. Super. Streck dich noch mal. Komm, zieh noch mal ganz lang. Dann stell noch mal die Arme seitlich auf. Schieb dich noch mal nach hinten. Richtung Fers. Nimm die Arme mal nach hinten. Handflächen zeigen zur Matte. Atem noch mal schön gleichmäßig durch. Okay, stell die Arme, Höhe deiner Schultern auf. Drück dich nach oben. Mach noch mal einen runden Rücken. Roll dich noch mal auf. Runde Rücken. Aufrollen. Noch zweimal. Letztes Mal. Neutrale Position. Halte hier. Okay, linkes Bein mal nach vorn. Stütz dich ab. Komm nach oben. Verschränk mal die Arme hinterm Körper. Die Schulterbleiter ziehen tief. Good. Öffne die Brust. Zieh die Arme lang nach hinten. Und komm nach vorn. Verschränke die Hände. Zieh die Arme lang. Kopf, Kinn zur Brust. Aufdrehen die Arme. Jawohl. Komm nach oben. Strecken. Geh mal nach rechts. Und nach links. Und nach rechts. Und nach links. Komm. Jetzt zur Mitte. Lang ziehen. Und mal nach vorne nochmal. Komm tief. Aufrollen. Wirbel für Wirbel. Strecken. Tief. Aufrollen. Einmal noch, Leute. Einmal. Strecken. Ganz lang. Komm nach vorn. Durchhängen. Wirbel für Wirbel nach oben. Aufrollen. Und nach oben. Schultern rollen. Noch mal nach hinten. Super. Der rechte Arm geht zum Kopf. Linker tief. Tief. Seitenwechsel. Schritt zur Seite. Hole. Tiefluft. Noch einmal. und ein letztes mal und ich bedanke mich bei euch wünsche euch frohe weihnachten passt auf euch auf bleibt gesund ich hoffe wir sehen uns bald ich hoffe ihr werdet reichlich beschenkt macht's gut